Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GDR Online Import-Export. Direkt weiter geht's hier mit unserer Serie. Wir haben ja dieses wunderschöne Auto geholt und auch diese wunderschönen Autos. Unsere Garage füllt sich langsam, wir haben einige geile Schlitten am Start und werden jetzt weitermachen, denn wir werden mal jetzt mit dem Wastelander rausfahren. Ist der Gigant auch hier? Nein. Das ist einfach ein Träumchen. Ja, und wir sind immer noch in der gleichen Session. Das blaue Team ist jetzt praktisch unser Erzfeind. Wir müssen natürlich dann gucken, dass wir da ohne Stress jetzt unsere Karren zum Ziel bringen können. Und das ist halt das, was das Update auch ausmacht, dass man die Konkurrenz hat und die uns natürlich dann an die Wurst wollen, also an Curry, ne? Und ja, jetzt bin ich mal spannend hier mitfahren. Alter, guck mal, was ist denn das, ey? Das sieht aus wie aus... Wir müssen echt mal so eine Mad Max-Folge machen, ohne Witz. So, hüp mal rauf da. Können wir hinten drauf. Das ist ein Abschlepper, ne? Guck mal, das ist so ein Abschlepper, Alter. Nice, bist du drauf? Kannst du da hinten drauf? Jo, Alter. Krass. Hä? Guck mal, wie er sich festhält. Ich kann da einfach stehen, Mann. Hä? Smiley? Äh, ich bin rausgeflogen. Die Gigant hüpfen wir drauf. Oh, mach mal, aber die Kostek. Mach die Koste erst weg. Ab zu Maisie. So. Mal kurz Lazy anrufen, oder? Die Musik, ey. Voll geil, wie der steht. Das sieht aus wie so ein Karnevalzug, Alter. Echt so, Alter. Okay, Maisepanktower. Oh, ein Auto kommt auf uns zugefahren, ne? Im Blau, ein Türkis ist, oder was ist das? Ja, dann muss es auch rein. Ey, ich komm da, Helikopter. Da ist so. Ja, ich mach den mal weg. Mal unter die Brücke, Mann, was machst du denn? Ja, ich hab grad, ich hab grad auf die Karte geguckt. Oh, der starrt da immer sich einen weg, ey. Ey, es tut mir doch leid. Das war ein schönes Erlebnis mit der Karre, ey. Echt toll. Ah, der fährt woanders dann, okay. Ja, der ist rausgesprungen. Egal, Leute, komm, wir müssen unsere Mission weitermachen. Wir müssen unser Auto ausfüllen. Ja, nee, Quatsch. Ey, Smiley, du musst dir gleich eine Cam-Jet holen, okay? So, ich besuche mir mal ein Auto. Curry, wo bist du? Nee, direkt vor dem Lagerhaus. Okay, ich hole dich, warte. Kommen Sie her und holen Sie mich ab. Ich steig gern mit ein. Ihr müsst den Typen jetzt töten, weil ich mit dem Helikopter komme. Ja, hat er sich grad vom Radar verschwinden lassen, also? Das ist sein Ernst. Jetzt rasten sie aber aus. Wollen wir uns ganz kurz was gucken? Echt? Ja, glaube ich verlassen. Glaube ich. Okay, ich komme zu euch. Der ist der Shooter-Katze, Mann. Ist der Shooter-Katze nicht böse gewesen? Ja, alle blauen, alle blauen. Die sind nicht blau, die sind alle aus ihrer Fraktion rausgegangen. Ja, die haben das weggemacht, ne? Okay, der macht, der macht eine Meldung, dass der, dass der, die machen so Gang-Meldung, Alter. Ich glaube, die wollen uns jetzt unterstützen, ey. Hey, komm Curry. Boah. Komm, komm, komm. Ja, das wäre das dann mit dem Frieden gewesen, ne? Gibt's keinen Frieden. Wo ist Smiley? Ja, ich bin über euch direkt. Let's go. Oh, es war die Vorsicht. So, jetzt geht's los, Leute. Next Mission. Wir wollen keine Unterstützung machen. Wir sind unser geschlossener Kreis, Alter. Wir sind die Güffis, glaubst du nicht nötig. Wir sind die Güffis. Wir sind Büffis. Nee, die Güffis, Mann. Die Güffis. Die Güffis. Wir sind die Güffis. Ja, cool, ja, alles klar. Okay. Ab to the office. Okay, Smiley. Du bist im Kampfjet. Curry, wir geben dir den Savage gleich und er gegangen und ich gehen dann runter, wenn wir was machen müssen. Ja. Machen wir so, oder landen wir. Geil, Alter. Perfekt. Perfekt wie eine Eins, ne? Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Da bin ich mal richtig gespannt jetzt, oder Udo? Ja, da sind wir mal schwer gespannt. Da sind wir mal schwer gespannt. Das ist auch da die Ebenis. Spandau. Spandau, Junge. Okay. Wie das so aussieht. Hunden und Pferdekoffe kommen hinterher. Was hab ich getan? Getan. Huch. So, äh, hier, okay. Ich meine aber gut Cash jetzt ein bisschen. Ja, dann hau mal raus an den Auftrag, Mann. Gleich gibt Kohle, gleich gibt Kohle. Wir werden die Kohle, gleich gibt Kohle. Ja, gleich ist das Gute, das wird nur dauern. Nein, gleich nicht. Ja, okay. So, warte. So, Spezialfahrzeugauftrag machen wir bald auch, aber wir wollen ja erstmal die eine Sache kriegen. Boah, da bin ich auch mal gespannt, was man da machen muss. So, Fahrzeug, wir schaffen, okay. So, Leute, wir haben es, bam, 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 bam. Hier ist ein X80 Proto. X80 Proto immer. Ich hatte Pronto. 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 Ah, nice. X10. Proto. So, wollen wir da lieber hinfahren oder hinfliegen? Nee, der Savage ist aber gut, weil... Da könnt ihr auch hinfahren, also das ist nie. Aber ich würde, ich würde den Savage nehmen, damit... Ich sehe den gar nicht auf die Karte. Okay, Mann. Wie der Pferd da hinten drin sitzt, ey. Ja, ne? Die Musik dazu, ey. Okay, go. Ja, ne? Ab geht die Fahrt. Slightly kompliziert, this one. Get hold of the LSPD Chopper. I marked on your GPS. Ähm, then use it. Ja, wir sind tot. Oh fuck. Was ist aus? Boah! Warum? Der gehört sogar noch zu uns ist traurig. Er ist echt so. Benni, warum tust du sowas? Was haben wir? Wir müssen hier den, ich bin, ich bin, ich bin direkt da. Wir müssen diesen Helikopter hier holen. So, ich wieder ein Jet, aber erst mal die Nice. Die Köln kommt zum, ich bin voll weit weggebrochen. Wir wollen Polizei Maverick. Ich bin viel zu weit weg. Ja, weil ich ruhig kommt so. Oh, Alter! Warum habe ich jetzt auch drei Sterne, Mann? Dennis macht doch die ganze Scheiße hier. Fächer Deckung hin. Oh, ja klar, ich stehe in Deckung, die töten mich oder was? Oh, Junge. Okay, ich bin da. Wir müssen da hochkörigen. Also, das machen wir jetzt auch. Ich mach das einfach so, dass du einen Curry, ihr euch beide um den Maverick da kümmerst, ich kümmer mich da um Ben und Ali auch. Ja, ab geht's. Was wollte ihr hier, Freunde? Was ist hier los, hä? Oh, das war ich auch gerade so eine... Boah. Ja. Ich muss hier eine Leiter, kommen wir hier irgendwo hoch? Ja, ja, ich bin ungericht. Boah, es sind viel zu viele. Aber jetzt ist da auch noch dieser Range Alpha. Okay, okay, wir müssen echt aufpassen. Der steht auf dem Dach, der steht auf dem Dach. Ey, ihr müsst echt die Spieler wegholen, Smiley und Gigant. Ja, das ist... Ich hab halt kein Jet. Boah, Alter! Was, Alter? Wie viele Leute sind denn da, Mann? Ja. Na gut, wir wollen halt einen Polizeihubschrauber klauen, ne? Okay. Boah, Alter! Hey, du kommst nicht hoch. Alter! Ich bin auch unterwegs, auch unterwegs. Ah! Pass auf, der Spieler schießt er auf dich. Ah, fuck! Jetzt sag... Alter, wie viele sind denn hier, Mann? Kannst du gar... Du musst das anders machen. Junge, wie viele halten die denn aus? Würdest du mich verarschen? Okay. So, komm mal her, meine Freunde. Ich bin auf dem Dach. Hast du den Hubschrauber? Komm mit, Gigant. Komm mit, Hochgigant. Komm. Ich glaube, ich hab den Hubschrauber. Ich hab den. Was? Komm hoch. Kommt alle, go, 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 go. Go, 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 rein da. Steh, 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 steh. Ja, nicht alle rein, oder? Ne, 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 ihr nicht. Bro, du kannst noch mitkommen, keine Ahnung. Ne, 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 ne. Gegenüber der Helikopter zu euch. Nein, 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 nein. Wir brauchen Kennzeichnungsscanner, um das gesuchte Fahrzeug zu finden. Okay, wie geht das? Nimm die Kamera und das Polizium. Über die Autos, während die... Okay, guck mal, wir haben Autos auf der Karte. Wir müssen da hin. Ja, ich hab, ich hab einen Scanner. Okay, äh, bitte tötet alle Helikopter und so, die bei uns sind. Müssen die Sterne wegmachen, Alter. Müssen die Sterne wegmachen. Ja. Okay, Curry. Okay, ich rufe sie an. Fahr mit dem Auto da hinten an. Okay, Dennis, du musst scannen, ne? Ja. So, einfach, wir fliegen, wo drüber auch noch nicht der Hof steht, irgendwo ein Spieler macht so illegale Sachen, ey. Ist irgendwie geil. Okay. War mit dem fetten Polizeihelikopter, Alter. So nice. Ja. Okay, erstes Auto. Okay. So geil, wenn wir jetzt direkt einen Glückstreffer hätten, weißt du. Ja, da, ich scanne, warte, warte, Curry, warte. Ah, du musst... Boah, Alter, was ist das denn für eine Karre, Alter? Okay, ist er nicht, ist er nicht. Negativ. Okay, alles klar. Hier ab geht's. Ab zu den anderen Autos. Los geht's, Karin. Im Polizei Maverick hier. Ja, klar, ich bin schon unterwegs. Ja, klar, ich bin schon unterwegs. Jetzt rollen die Gops mal auf hier in Los Santos. Ja, es gibt so sechs unterschiedliche, sieben unterschiedliche Missionen, wie man gemerkt hat. Und mit dem Polizeihopter, das hatten wir ja schon mal, aber da wurden wir sofort, oder ich bin, glaube ich, rausgeflogen oder so, ich weiß nicht mehr. Er sitzt da mit seiner Maske wieder, Alter. Ey, lass mich machen, wir dürfen nicht erkannt werden. Okay, ja, das hast du recht. Die Güte, die müssen unerkannt bleiben. So. Werden überall in der Stadt gejagt. Scheiße. Da, ein Gebäude. Ah, das ist Dings hier. Okay, warte. Das müsste hier auf ein paar Plätze stehen. Dreh mal um. Da, ich hab's. Okay, warte. Es wird gescannt. Und? Negativ. Parkmann. Gibt's doch nicht, Alter. Boah, es sind noch sechs Autos, äh, äh, fünf Autos, ne? Ja. So viel, fünf, ja. Okay, machen wir erstmal Blaine County. Die auch so alle weit auseinander stehen, ne? Das ist krass, ey. Okay, hier. Ah, das geht. Langsam, langsam. Positiv. Ja, man, nice. Ah, la, 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 la. Wir kommen weiter rein. Was ist das für ein Auto? Boah, Alter. Ah, den hab ich auch schon gehabt. Curry fahr ruhig damit. Okay. Boah, das ist das, Alter. Okay, komm, 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 komm. Kenne ich dir, wir haben das Auto. Vier Sekunden, 3, 2, 1, go. Okay, let's go. Alter, was für eine Karre, Mann. Allem finde ich aber nicht so geil. Ja, das ist ja, wie auch so ein fahrendes Tampon, Alter. Wir fahrenden, fahrender Jet, Alter. Fahr in die falsche Richtung. Ja, wir müssen hier oben jetzt drehen, warte. Boah, dieses Plop, ey, geil. Da kommt ein Kampfjet oder so. Hä, das war Smiley. Hä, das ist über uns? Nein, der Smiley ist doch gelb. Ja, ja. Das bin ich. Wieso? Geht's noch gar kein Kampfjet. Bei mir bist du gar nicht mehr blau. Bist du nicht mehr in unserem Unternehmen? Doch. Doch, jetzt ist wieder gelb. Alles gut. Alles gut, ey. Okay, vier Kilometer. Komm, das packen wir, Mann. Das packen wir, Jungs. Ist das Gigante auf der anderen Seite? Ja, ja, ja. Dann macht schon Autos sehr, ne? So. Ja, da kommt ein Heli auf uns zu, den hol ich mal schnell weg. Okay, Smiley, Smiley, mach deinen Job. Smiley regelt. Smiley regelt. Boah, hat er wieder den losballert, ey. Ach, das war einer von uns, naja. Nein, 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 der hat mich dreimal schon getötet. Ach, ja, ja, gut. Es gilt ab sofort die Regel, alle, die nicht in unserem Clan sind bei Heidelwurst, die werden ab sofort getötet. So. Muss man wieder die provokante Stimme auspacken, ey. So, boah, wie geil das aus mit einem Sonnenuntergang, ja, Mann. Aber Smiley, du bist echt ein Beschützer, ne? Ja, Mann, das ist so ein T-Shirt, aber wie er da fliegt, an der, boah. Jetzt kein Pump, tot. Ja, das ist mir schon mal passiert. Wollte ich einen auch cool machen und dann hat's gemacht. Ja, ja, ja. Ich kriege doch in 0 Euro nach, lass das dabei, bitte. Ja, klar. Wenn ich das entscheiden könnte, würde ich das immer tun, ey. Ja, bis jetzt machst du es ja gut. Ja, danke, Dennis, ey, danke, ey. Bitte, ey, oder? Oder? Ja, das war ja, das hier Curry und Tobi auch, und dann ist dann die Kosten da, alles voll gezielt haben, ne? Ja, das war auch geil. Wir mussten wir auch gleich. Ist echt so. Alles voll, fand es auch nicht voll, motor voll. Irgendwann, ja, 0 oder was, Mann. 0 Euro, ne, geil. Nice. Perfekt. Also, dass das so reibungslos läuft. Schön, schöne Sache. Ja, Mann. Richtig schöne Sache. Abgeliefert. So, wir haben, äh, die Karre jetzt hier am Start. Warte mal ganz kurz gucken, wo die hier steht. Wo steht denn der? Wo steht denn der? Wo steht denn der? Wo steht denn der? Wo steht das Auto? Wo steht... Äh, das steht... Äh, bin ich blind? Ach, da hinten in der Ecke. Ja klar, so eine Karre stellt man einfach mal in der Ecke. Irgendwie im Schwarzbild gerade fest, Alter. Nice. Ah, da sind wir doch... Hallöchen. Hallöchen. Wie viel haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier... Ja, noch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben wir. Das ist noch lange nicht voll hier, ne? Nee. Die können hier hinten noch alle hinstellen, alle. Ja. Da wird das nicht sogar irgendwo angezeigt, wie ich... Holy shit. Ja, 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 ja. Okay. Holy shit, geil. So. Wo gehst du denn hin? Hier runter. Rampenauto. Warte, warte auf mich. Warte, Büfi. Ich hole ein Rampenauto im Jahr. So. Lass mich auch mit einsteigen. Nach Freili. Ich komme. Ich komme. Komm rein, Curry. Du bist auch noch mal der Jüngste. Ab rein, da. So. Okay, Mann. Ab zum Espekt. Also, Leute. Es war mal wieder erfolgreich. Und, äh, und, ähm, wir haben wieder eine neue Kar am Start. Ich finde... Dennis, Mann, jetzt geht's los, Alter. Komm, Alter. Hä? Ich bin voll motivierter, Alter. Ja, geil, Alter. Ich finde, bei uns im Business läuft's richtig gut, ey. Und dann kann man ruhig mal hier den hier machen, Alter. Ja! Ja, komm, Alter, ey, komm, Alter. Ja, 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 ja. Ich habe mal das Auto für das echt über solche Geräusche machen, wenn du das warst. Ich versuche, dass ich die Autos nicht in Smiley reinballerst soll. Ja, wollte ich ja sagen. Ich versuche jetzt mal in ein Auto in Smiley reinzukicken. Na, ich bin mir selber hinter uns fliegen. Ja. So, guck mal hier. Oh, tut mir leid. Das steht ja wieder richtig. Okay, Mann. Bomsi-Bomsi-Lady. Dann würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge GD Online. Oh, der ist so knackiger. Ja, ne? Mit Import-Export und wir werden weiter unser Lager ausfüllen. Es sieht doch schon mal nice aus. Sieht einfach knackig aus, Freunde. Das Haus wird gefüllt. Bald müssen wir die Autos stapeln. Ja, ne? So, man muss noch eins sagen. Wenn zwischendurch neue Autos und so weiter kommen, gibt es dann natürlich noch eine extra Folge hier am Kanal, weil wir produzieren gerade ein bisschen vor, damit ihr Bescheid wisst, ne? So, okay, Curry. Ab in die Mäsi. Ab in die Mäsi. Smiley bleibt in dem Kampschat. Bomsi-Bomsi-Lady. Ja, und wir sehen uns wieder morgen, Leute. Macht's gut hier. Ciao. Ihr seid der besten Computer-Eventor. Ciao. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für's Zuschauen. Puh.